Ja, also zu der Frage möchte ich gerne sagen, welchen Einfluss die deutsche Einheit auf mein Leben hatte, muss ich sagen einen absoluten, weil ich war damals 16 Jahre alt und für mich hat sich mein Leben komplett geändert. Ich habe mehr angefangen eigentlich noch mit dem Beruf eines Bürokaufmanns und habe im Endeffekt meinen Abschluss im Betriebswirt nachher gemacht. Also es hat selbst während meines Studiums sich, sag ich mal, alles verändert und eigentlich nur zum Guten im Großen und Ganzen, muss ich sagen. Und ich würde es auch nicht anders haben wollen und am meisten genieße ich eigentlich auch die Freiheit, die man jetzt hat.